Aber lass doch den Tram bitte, meinst doch ablos. Der will ja auch nur, weißt du, der wird schon nicht komplett eskalieren. Das ist alles schlimmer, wie sich's anhört. Das Wasser wird nie so heiß. Und dann tun sie wieder, man darf nicht immer alles glauben, was man denkt. Aber ich hab zu nirgendwo mal, ich hab im Sommer gesagt, pass auf, wenn der die Mehrheit hat, dann gewinnt der die Wahl. Und wir hab jetzt eine andere Zeit. Das ist halt mal Trump, Putin, Erdogan. Two and a half men.